Rolf Benz, große Marke, Möbelhersteller aus dem Schwarzwald, hat uns angefragt für einen Imagefilm in der Produktion. Produktionsbilder können ja oft langweilig sein, trocken. Unser Ansatz war es, Bilder zu finden, die eine emotionale Wärme haben, die die Leidenschaft, die Rolf Benz hat für das Thema Möbel, gut transportieren. Ich glaube, diese hohe Qualität in der Produktion, diese Liebe fürs Produkt, die Liebe zum Handwerk, kommt über die Bilder sehr schön rüber, sehr weiches Licht. Wir haben viel mit einem Hazer gearbeitet, der so einen ganz feinen Nebel macht. Ich finde, dass man über hochwertige Bilder aus der Produktion auch ganz viel über die Qualität der Produkte aussagen kann, ohne dass ich die Produkte zeige oder erst am Ende zeige. Wenn ihr eine ähnliche Aufgabenstellung habt, wo es darum geht, über eine Produktion, ein Produkt zu featuren, freue ich mich sehr über eure, über ihre Anrufe oder E-Mails. Bis dahin. Bis dahin.